Turmstellen, eine dunkle Festung in Bewegung. Also langsam, äh, nur 20, Ausdauer, Regeneration, die schmieden in den Schluchten. Es gibt Schwarze, die sich in ihrer Festung verstecken und es gibt andere, die ihre Festung einfach mitnehmen. Die Finsterlinge aus den Schluchten haben nichts als Blut an ihren winzigen Gedanken. Der Schild hilft aber schon ziemlich viel. Muss ich ehrlich sagen. Die Frage ist, war dieser Garuran einfach ein einer dieser berüchtigten Horcher? Oh, ich habe die mit dabei. Nicht mehr Jocke. What? Feuertank, schädigt deine Gesundheit sofort um eine moderate Menge. Okay. Warum sollte ich sowas wollen? Finde ich einfach nachher mit. Ich folge jetzt einfach dem Dingens. Schnell, oh, ich stelle das Reißen freigeschaltet. Hey. Hey Boy. War ganz ne Ruheplatz. Angriffe rennen, springen und ausweichen CNA an deiner Ausdauer. Ja, das ist mir klar. Nicht cool. Ich finde das Viech cool. Ich mag das. Wo muss ich denn hingehen? Da oben? Ne, da ist Ayla. Beteran. Ah, da ist er ja. Ah. 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 Okay. You best go hunting again. Yochel mentioned some Einar in the hillside, so sickened that they even glow. I took a look and there's a lone hound that seems to grow, while the others sicken. It's Den is by the lake, below the cliffs. Bring me its tail so I can sample its fluids. Jage den einsamen Einar. Kleine Vigga, was kann ich denn hier machen? Schlechte Verfassung, zweiter Wind. Auf der Rennung kostet sich weniger Ausdauer. Bei uns du kannst einen Schocker-Bonus, wenn du deine Laterne schwingst. Freundschaftstreiber. Gesundheit ist 2 Maximum an die Energie. Oder? Schadensassistenz. Oh, Freundschaft. Und bitte Zeit zu, während du einen Begleiter in der Nähe hast. Ja. Treiber. Du hättest ein Gesundheitsbundes, wenn du weiter weg vom Vagantenrollenplatz reist. Rückbrei, Sperrückholchance. Um den Gegner zurückzuholen. Äh, Ausdauerkosten für Rennen. Das finde ich immer gut. Deine Ausdauer wird leicht erhöht. Deine Gesundheit wird leicht erhöht. Ja, okay. Warum nicht? Second Wind. Friendship. Ah, es kostet mich 11.700. Ah, ich hab ja noch die da. Sieben. Spießkörle 4500. Ich muss jetzt mal gucken, ob hier das Lager irgendwo steht. Ah, ja. Da. Da. Gleich die Lagergiste. Endlich. Das ist natürlich mal da unten hin, die Schilde. Ich hoffe, die anderen Sachen sind noch da, die ich mal gedroppt hab. Das sind Sachen, die ich mal noch brauchen könnte. Die bringt mir halt gar keinen. Die hat sogar 10, 15, 17. Also wenn ich die jetzt aufrüsten will. Die hat 0. Die hat 0. Die ist halt einfach schlechter. Die hat halt keine. Davon sind auch nur Werkzeuge. Boah, sauer. Die Schmiede und Ostmann sind hakt durch Holz und Knochen mit gleicher Brutalität. Jetzt guck ich mal, was hier die braucht. Eis-Axt. Ah ne, das ist die von gerade eben. Bärtige Axt. Ja. Ok. Also wo muss ich da jetzt hin? Erstmal Jockel da unten. Die Küste der Schlüster nach Kala, Vansa, Ayla. Amara da unten und Datoran da oben. Ok. Ja gut. Dann gehe ich erstmal nach da oben. Ich würde aber noch meinen... Ich so bin ich jetzt aus dem zweiten Bildschirm. Weg mit dir. Das sind fast 10... Fast 2500... Äh. Ja fast 2500. Keine vollen 2500. Ja. Feuertag Handelfrei. Ohne in Axt. Objekte sind zugefügt. What? Ah, das ist eine Zweihand-Axt. Eine Haucher-Axt, die durch den ausgeglichenen Ruhn, die sie trägt, leicht und tödlich gemacht wird. Die Haucher zeigen... Verzogen mit beunruhigender Begeisterung in den Krieg. Baitoran. Oh. Oh. Ah, Stärke. Okay. Jetzt ist er auf das Eins. playungs-Stönig. Stab und Starr. Ich mag die Geschäfte dieser Stadt, die Sie aufbauen. Ich denke, dass ich etwas vergleichen werde. Bevor ich zuhören habe, doch. Ich muss etwas ausbauen. Ich muss nur, was ich untersuchen muss. Der Weg nach den Wespers ist örtlich, aber meine Tideile noch nicht zusammengekommen. Es war ein Erachtensfall. Aber ich denke, es wurde wieder abgeschritten und zuvor geräuschiert. Weiße Frau, okay. Ja, gut, ich muss dann auch da unten gehen. Sind wir Oma Nella? Na gut, euch Speer würde ich ein Jahr lang ernähren, wenn meine Mutter beigebracht wasser. Ähm, System. Ich würde aber gerne Jackel eigentlich mitnehmen. Okay. 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 Ich will jetzt mal oben in die Runzelhöhle reingehen. Okay, jetzt ist die dabei. Okay. Total rarely safe. Die ist aber auch sehr stark. Okay. 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 Jetzt ist er wieder mit dabei. Ich frage mich nur, ob er die aufgerüsteten Waffen eigentlich jetzt auch hat. Da ging es nicht in die Hüte rein. Da geht es nicht in die Hüte rein. Die sind jetzt nicht so das Problem. Also die kleineren. Komm Jockel. Ich komme, ich gehe. Das ist gut. Jetzt kommt es nicht in die Hüte rein. Work auf den Hüte rein. Nein, Jocke. Ich hoffe, ich bin ja zwei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Ich denke wir noch ein paar neue Spera eigentlich machen. Mag das nicht, dass ich beim Rennen immer das Target verliere? Oh, da ist Jockel. Oh, da hat er noch eine Waffe gefunden. Die Finsterlinge. Okay. 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 Okay.